Wir brauchen keine andere religiöse Erkenntnis und Erfahrung über Jesus hinaus. Die Hauptgefahr, um die es dabei geht, ist die Meinung, in Jesus Christus nicht alles zu haben. Und deshalb lautet das Thema der heutigen Predigt auch Jesus allein. Jesus allein, ganz einfach. Das ist die klare Botschaft der Bibel. Alles in Jesus, Jesus allein. Wo jemand der Meinung ist, auch andere Religionen könnten zu Gott, zum Heil, zur Erlösung führen. Auch aus anderen Religionen könnte Bereicherndes von den christlichen Glauben gekommen. Liebe Geschwister, der betreibt einen Totalverrat am christlichen Glauben. Der betreibt einen Totalverrat an Jesus, am Sohn Gottes und an dem Heil, das er für uns vollbracht hat. Die Vorstellung, anderes zu brauchen als Jesus, gefährdete auch damals vor 2000 Jahren schon die Einheit der Gemeinde. Die Gnosis war damals eines der zentralen Probleme und einer der großen Angriffe auf die Christenheit. Eine falsche Lehre, die diesen Namen hatte. Und dieses Problem besteht seit einigen Jahren auch in unserer Zeit wieder bei vielen Menschen. Man wird sagen, müssen Jahrzehnten und mehr. Man kommt mit allen möglichen Arten angeblicher Erkenntnis, angeblichen Geheimwissens, um eine Bewusstseinserweiterung der Menschen herbeizuführen. Aber eine solche Gnosis, eine falsche Erkenntnis, verdunkelt in Wirklichkeit den Reichtum, den wir in Jesus schon haben. Da sagt uns Vers 3, in ihm, nämlich in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Paulus betont das im Widerspruch gegen Lehren, die meinen, es gäbe noch andere wesentliche Erkenntnisquellen außer Jesus. Das war eben damals, vor 2000 Jahren, schon diese erwähnte Gnosis. Eine Lehre, die viel mit der Esoterik und dem New Age der heutigen Tage gemeinsam hat. Für den Gnostiker war Gott selbst fern und unzugänglich. Zugang zu ihm konnte der Mensch lediglich über Zwischenwesen bekommen, die zwischen Gott und Materie vermitteln. Wir sehen da wieder ganz viele Entsprechungen und ähnliche Vorstellungen im Heidentum, Schamanismus, Esoterik, New Age, Rudolf Steiner. Durch die Hilfe dieser Geist, Wesen, Krafttiere und wie man die alle heute dann nennt in der Esoterik etc. Die in Wahrheit nichts anderes sind als dem satanische Dämonen. Aber durch diese Wesen sollen nun der Mensch den göttlichen Lichtfunken, den Christusimpuls entdecken und stärken. Und durch die Loslösung von irdisch Materiellen, durch Meditation zum Beispiel, alle möglichen Übungen des Yoga etc. soll er wieder zum reingeistigen gelangen. Jesus ist in dieser Lehre nicht der Erlöser, er ist noch ein Helfer auf dem Weg der Selbsterlösung. Auch die ganze Lehre vom Karma und den Wiedergeburten gehört dazu. Und wir sehen da auch, liebe Geschwister, die Nähe etwa zur katholischen Kirche, in die viele dieser heidnischen Gedanken eingedrungen sind. Ablasshandel und so weiter, gute Werke. Man muss jetzt gucken, dass man durch bestimmte Dinge, wie doch den Zugang zu Gott selber schafft. Liebe Geschwister, das alles sind Spielarten ein und derselben satanischen Irrlehre, die letztlich nur ein Ziel hat, den Menschen im Verderben zu halten und Christus die Ehre zu rauben. Dem gegenüber betont Paulus und das ganze Neue Testament, wir brauchen nichts anderes als Jesus. Wir brauchen keine andere religiöse Erkenntnis und Erfahrung über Jesus hinaus. Paulus schreibt deshalb in Vers 4, wir greifen ganz kurz noch etwas über unseren Abschnitt hinaus. Ich sage das in aller Deutlichkeit, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte betrügen lasst. Und Vers 8 und 9, lasst euch von keiner Ideologie oder irgendeinem leeren Gerede einfangen. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle, dämonische Mächte und nicht Christus. Paulus bringt es knallhart, glasklar auf den Punkt. Es sind nicht einfach nur irregeleitete menschliche Gedanken. Hinter diesen irregeleiteten Gedanken stehen Mächte, die diese Irreführung bewusst herbeiführen. Dunkle, dämonische Mächte. Darauf kommen wir in Beteiligung in der späteren Predigt. Heute bleiben wir ganz beim Widerspruch des Paulus gegen diese falsche Lehre. Nein, nein, dreimal nein, brauchen wir nicht. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Es braucht keine Zusatze. Liebe Geschwister, nehmen wir das mit heim. Und lassen wir unser Leben in der Gnade Gottes und durch seinen Heiligen Geist mehr und mehr davon geprägt sein. In Jesus und in Jesus allein liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. In ihm haben wir alles. Und diesen Reichtum, den wir in Jesus haben, den dürfen wir in der Kraft Gottes und seines Heiligen Geistes den Menschen um uns herum auch glaubhaft vorleben. Dass die Freude an Jesus viel mehr ist als alles, was die Welt an Freuden zu bieten hat. Und auch die Ruhe, der Friede, die Gelassenheit, die in Jesus auch mitten in diesen Tagen in uns sein kann und aus uns hoffentlich glaubhaft auch immer wieder herausströmt in die Welt hinein. Amen.